Ja, die sind klein, die Crates, aber... ...wichtig bodenless. Achso, ich dachte, man tpt sich hinter den D, ok. Warte, warte. Glaubst du, ich kann ihn mit meine Zombies angreifen? Glaubst du, ich kann ihn mit meine Zombies angreifen? Ey, warte, 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 warte. Aber du musst aufpassen, dass sie dich vielleicht nicht angreifen. Warte. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Egal, alles gut. Äh, ne, du kannst, also, äh, du kannst dich benutzen und du kannst den Reach schaden. Und du baust Strengths Potion und, äh, achso, das hab ich schon gesagt, ja. Ja, für die Zombies, das ist so hässlich, immer Strengths Potion. Achso, deswegen. Warte, vielleicht like, Fragezeichen. Äh, das ist geil, die greifen mich sogar an. In. Digamato hat mich jetzt in Brand gesetzt, das werde ich ihm niemals verzeihen. Ja. Ein Punt, dir, jetzt kommt jeder online, oder was? Oh, es laggt. Ich werde einfach nach hinten tpt. Ja, das ist geil. Ja, das ist geil. Ja, ja. Ja. Ich kann dir auch einen Eisbogen geben, das macht wie jetzt die Dings zu Eis, also also das macht so einen Eisblock sozusagen, also ich glaube, ich könnte noch eine Eisquing finden, den Triebogen, ja, ich habe den Triebogen bekommen, und wer ist sie, ich kann nur so viele Maps machen davon, von diesen Dings, ja, ja, ich habe sie, die Maps, da sind Raben einfach so random, die musst du killen, und dann musst du noch diese Droiden killen, Dings, ja, ja, das war Emil, ja, eigentlich von mir, weil ich habe ein bisschen gegeben, um den Dings zu schmogen, aber er hat es nicht dafür genutzt, ja. Hm. 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 Ich habe meinen Triebogen entschangen. Okay. Wer ist es? Ähm, Mending, Power und so. Infinity brauch ich nicht. Ah, warte ich... Ah ne, du brauchst... Ne, aber ich brauch Mending. Ah, vielleicht hatte jemand seine Finger im Spiel, jemand namens Hubert. Das gute Zeichen hat doch Punkte, oder nicht? Okay, das ist auch irgendwie gut zu wissen. Was? Davon weiß ich nicht. Aber was ich sagen wollte, wenn ich noch einen Lich bekämpfe und ich wieder so ein Ding mache, soll ich noch eins davon geben? So ein Zepter. Aber soll ich ihnen auch so ein Dings geben? So ein Zepter, ja. Nein, nee, nee, nicht Zombie, das Ender-Augen, was auch noch mal. Zepter of Twilight, ja. Ja, ja, ja. Die, den Ender-Bogen. Luis, da sind tausende davon und wie heißt es in dieser Ice Queen Palast, das sind wirklich, ja. Ich habe versucht, wie heißt es, den Skeleton zu killen, aber ich habe den Dings gekillt. Aber, es hat den Dings gedroppt, direkt seinen Kopf. Ja, aber es sieht so hässlich aus, irgendwie. Warte kurz, ich muss vom Balkon, vom Balkon spreche. Ah, das ist ja so ein Haus. Ja, das macht er. Wo ist eigentlich das Ding, wo man nach unten kann? Ja. Achso, ja, ja. Aber, wie hat er, wo ist das, ah, wo ist das Block, wo er nach unten kann? Achso, da baut Weed an. Warte, du baust Weed ohne mich. Nee, guck's. Achso. Okay. Like. Warte, wie komme ich wieder nach oben ohne Wasser zu benutzen? Wie ist das? Achso, nee, der baut Ledders oder so. Aber, warte, ist, der Gasthau ist doch richtig weit hoch oder so, oder? Ah, glaubst du, wie macht man einen Leiter? Äh, gib, äh, Holz. Holz. Ja, okay. Ja, okay. Warte. Das Holz. Perfekt. Oh, der hat einen Sekt. Wie schreibt man einen Leiter in, äh, in die... Äh, achso, Lader. Okay, geht nicht irgendwie. Es sieht um, ah, warte. So, warte, so, warte, so, und dann, so. Was für ein, was meinst du für ein Block, dass man noch, na, was man noch gebraucht hat? Hä, wir haben ihn überhaupt gut gedenkt. Also, warte, an den Seiten so zwei Streifen und dann... Echt? Das geht nicht. Ja, der... Okay. Ja. Warte. Martin. Achso, der hat's, der hat's, der hat's. Es geht nicht mit Redwood. Oh mein Gott, Luis, hast du wirklich einen Stein wieder drauf? Hä? Oh mein Gott. Gib schon mal, gib schon mal, gib schon mal, lader. Lader. Das sind's. Chill, der Luis. Komm her. Komm her. Ja, okay, wie machen wir das? Geh runter. Ja, was hast du auf mich geworfen? Ah, der hat's... Ah, stimmt, hätte ich dir nicht gehen müssen. Das war vielleicht ein Fehler. Oh mein Gott, ich kann nicht, ich kann nicht springen. Oh, jetzt. Äh, Hamburgus Bus nicht. Hehehe. Ja, da rein. Ja, am... Schade, dass Bukaras es nicht mehr gibt, was macht ihr Keks, Twi Manz. Gleich werden die Cops kommen und ich glaube, es ist Emil, ich glaube, dass ihm irgendwann so ein Corrupt Cop wird oder so. Oh, jetzt regnet es auch in Twilight, das ist ja so hässlich und ich habe keine Torches mitgebracht. Oh mein Gott, ich bin wieder reingelaufen. Ah, dann wäre es gut. Ja, was macht dieser Bauer hier, Matthew R. Das war Kolby und zurück zu sein Haus gehen. Das war Kolby. Das war Kolby. Vielen Dank.